Hallo, ich bin der Bernd von Wimmaschinen und heute haben wir Bohrer für euch, einen speziellen Holzbohrer und nochmal spezieller Kunstforstner und Wavecutter. Was ist das, warum braucht man das, warum nimmt man nicht einfach einen normalen Holzbohrer her, sondern warum gibt es die Teile. Normaler Holzbohrer kennt jeder, ist klassischer Bohrer, oben mit einem Vorschneider und eine Zentrierspitze, damit bohrt man ins Holz rein. Warum gibt es dann solche Teile und wo ist der Unterschied? Das ist relativ einfach, mit dem kann man einen größeren Durchschnitt bohren, also einen größeren Durchmesser bohren. Wie man sieht, das ist jetzt ein 70er, das funktioniert, beziehungsweise haben wir natürlich ein runder Grässer, das ist ein 120er, das geht natürlich auch. Das würde mit einem normalen Holzbohrer in der Form auch 5 Kilo wiegen und B würde es einfach nicht funktionieren und nicht passen. Es gibt glaube ich keine Maschine, was das da dreht. Was habe ich da alles vor mir? Und zwar einen Kunstbohrer, einen Forstnerbohrer und einen Wavecutter. Was unterscheidet die oder was haben die alle gemeinsam erstmal? Und zwar alle klassisch Zentrierspitzen gibt es auch austauschbar, also mit einem Bohrer, wo man dann hinten mit einem Stift reinfahren und dann fixiert, oder eben auch Zentrierspitzen, was man austauschen kann. Beziehungsweise was haben die noch? Ein spezielles und zwar einen abgesetzten Schaft. Das heißt, das ist nicht durchgehend, sondern die fallen hinten zusammen, damit man eben diese Verjüngung vom Durchmesser hat, damit es in die Bohrmaschine reinpasst. Und natürlich, dass man nicht so viel Reibung erzeugt. Fangen wir mit dem Kunstbohrer an. Das ist einer von den klassischen Bohrer. Es ist auch Astlochbohrer, wie der auch gern genannt, oder Sacklochbohrer. Was macht man damit? Man kann damit von 6 bis 150 Millimeter bohren. Das sind dann schon ordentliche Kaliber und das Ganze auch ausreißfrei. So einen Kunstbohrer verwendet man eigentlich für alle Werkstoffe, was irgendwie holzlastig sind. Das heißt, Hartholz, Weichholz, von Fichten über Pressspanplatten zu kunststoffbeschichtete Platten. Das kann man alles mit dem Ding bohren. Was klassifiziert denn grundsätzlich? Vorn die Schneiden, hinten ein Ausräumer. Was unterscheidet denn zu den anderen Bohrer? Und zwar, der hat einen größeren Spanauswurf und die sind optimal für Ständerbohrmaschinen. Warum, werden wir nachher gleich mal sehen. Neben Kunstbohrer gibt es dann die Forstnerbohrer. Ich habe leider nur einen kleinen. In dem Fall, ich hoffe, wie man sieht, der hat eben hinterbei dann so durchlaufende Schneide. Das ist der Unterschied zum Kunstbohrer. Entwickelt hat dann der Herr Benjamin Forster 1886. Daher kommt auch der Name Forsterbohrer. Eben speziell daran, diese durchlaufenden Vorschneiden dahinter bei, der wird eben eingesetzt für Sacklöcher, gleich wie der andere auch. Aber den nimmt man eigentlich wirklich nur für Holz, also Weich- und Hartholz. Den nimmt man nicht für Spanplatten. Bitte merken. Den kann man jetzt auch für handgeführte Maschinen nehmen. Warum? Weil die Fläche da größer ist. Dadurch zentriert sich der besser und man verwackelt nicht so viel. Das ist der Vorteil. Und was haben wir dann noch? Die Firma Fischtools aus Österreich in Tirol hat den Forstnerbohrer dann einmal weiterentwickelt und hat eben auf dieser verlängerten Vorschneiden ein Wellenprofilaufweg frisst. Dies verhindert das Aufglühen von den Schneiden und führt zur geringeren Erwerbung, wenn man irgendwo bohrt. Und es gibt auch mehr Stabilität bei Gegenbohrrichtungsänderungen. So heißt das. Das heißt, wenn es irgendwo reinbohrt, es könnte nicht so viel verwackeln. Ähnlich wie beim Forstnerbohrer auch. Was haben die Tiroler noch mit aufgemacht? Das finde ich recht praktisch. Und zwar, der ist nicht komplett rund dieser Schaft, sondern der ist dreiseitig angeschliffen. Das heißt, der rutscht eigentlich im Bohrfutter von einer hartgeführten Maschine nicht so schnell durch. Bewährt sich eigentlich durch eine lange Lebensdauer. Man kann damit relativ randnah bohren. Einfach indem man die Zentrierspitze nutzt. Das schafft man bei den anderen gut so lange auch. Und weil die Frage oft kommt, die Dinge sind schärfbar. In einem bestimmten Rahmen. Das heißt, die Vorschneider und so weiter. Man kann die Dinge schärfen. Die sind also nicht, wenn es irgendwo mal irgendwo reinbohrt, kaputt. Dafür sind sie leider zu teuer. Sondern ihr könnt sie zu einem Schärfdienst bringen. Wenn ihr halbwegs etwas kann, setzt ihr euch denn wieder in Stand. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was verziehen können über Kunstbohrer, Forstnerbohrer und Wavecutter. Und euch ein bisschen einen Unterschied erklären können, ein bisschen näher bringen können, für was, dass man welchen verwendet. Also einfach, dass der Wavecutter nochmal die verbesserte Version ist vom Forstnerbohrer. Und ihr es mit dem Kunstbohrer eigentlich nicht viel falsch machen könnt. Für Fragen einfach in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.